Hallo und herzlich willkommen zu Teil 72, glaube ich, des Let's Plays GTA Vice City mit Weekly-Praktikant Tommy und hoffentlich dem Abschluss der 100% Jagd. Das ist auf jeden Fall der Plan. Uns fehlen, wenn ich mich da nicht irre, nur noch die Taxi-Missionen und da habe ich ja durch einen verpatzten Teil, der eigentlich wahrscheinlich nicht verpatzt war, festgestellt, dass wir nicht 100 Taxi-Gäste am Stück befördern müssen. Sondern einfach nur in Anführungszeichen insgesamt 100 Taxifahrten oder 100 Personen transportieren müssen im Verlauf des Spiels. Dadurch ist es für mich jetzt weniger schlimm. Ich hoffe aber, dass ich vielleicht auch gleich trotzdem eine kleine Überraschung für euch vorbereitet habe. Wenn nicht, dann wird das jetzt eine ziemlich stille Taxifahrt. Wenn doch, sage ich einfach mal viel Spaß. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal reinhauen und die Taxi-Missionen starten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. I'm a mighty gangster boss You are not allowed to come across Because Y-City is my town And maybe I Will bring you down You are not allowed to come across You are not allowed to come across I went down south Thought my life was easy But all messed up Cause a deal went cheesy Had so much trouble Fought for life and death One business partner Took his weary last breath But I escaped Went to Ocean Beach Lost all the money But I met some peach Started to work hard To obtain the crown And once I will be The king of the town The king of wise Wise city Where cars are fast And the girls are pretty King of wise Wise city When you're arrested Hell that's a pity King of wise Wise city Where life is harder When your car is shitty King of wise Wise city Just be aware And take care of your kitty Building an empire Is a lot of work You have to learn first How to deal with a jerk Cause gangster business Is a dangerous one You should be pro Like when you hit And run Some things can make Your life look rather grim Sometimes it would be nice If you could swim But I will make sure Nothing stands in my way And for God's sake There will be the day When I'm the king Of wise city Where cars are fast And the girls are pretty King of wise Wise city When you're arrested Hell that's a pity King of wise Wise city Where life is harder When your car is shitty King of wise Wise city Just be aware And take care of your kitty And take care of your kitty Musik The King of Wise 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 City Where cars are fast and the girls are pretty King of Wise Wise City When you're arrested, hell that's a pity King of Wise Wise City Where life is harder when your car is shitty King of Wise Wise City Just be aware and take care of your kitty King of Wise Wise City Where cars are fast and the girls are pretty King of Wise 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das können unsere Taxis jetzt alle Und das heißt, wir haben 100 Fahrgäste befördert Und ich schaue jetzt mal in die Statistik Äh, jetzt muss ich leider wieder ganz hoch scrollen, wenn ich mich nicht irre Ich hoffe, dass da jetzt 100% stehen Wenn nicht, dann wird's nochmal richtig spannend, weil dann Dann ist die große Frage, was fehlt überhaupt noch? Ich bin immerhin schon mal der Mann fürs Grobe Das ist ja schon mal gar nicht schlecht Oh Gott, aber wie viel Prozent haben wir? 100 Geil Ach, ist das herrlich Ach, ist das herrlich Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich hatte echt Schiss, dass es nicht hinkommt Ja, wo fahre ich jetzt hin? Haha Es gibt natürlich Belohnungen für die 100%, aber ich glaube, da mache ich nochmal eine extra kleine Folge draus Denn ich finde das Quatsch, das jetzt hier mit der Taxi-Mission zu verknüpfen Also, dass man sich halt, wenn man daran Interesse hat, immer die ganzen Taxifahrten noch anschauen muss, bevor man an die Belohnungen kommt Und aus purer Eitelkeit brauche ich aber dazu jetzt erstmal noch was Das besorgen wir uns jetzt schon mal, das wird quasi der Auftakt zum Finale Denn, boah, weiß Gute Einkünfte Wir wollen natürlich den Mr. Versetti-Anzug Ohne Witz Was sollte es denn sonst da für eine Was sollte es da für eine andere Möglichkeit geben? Nein, es muss der Mr. Versetti sein Und wir werden jetzt ein Oh nein, wie geil, schaut euch das mal an 200 Leben Oh Und noch was cooles Die Steuerung ist schon wieder verbuggt Die Maus läuft nicht mehr Geil Ja, äh Gute Gelegenheit abzuspeichern Aber hier, 200 Leben, 200 Rüstung Ist das nicht geil? Das ist doch echt der Hammer Na gut, aber Also wie ihr seht Es gibt jetzt noch einen Grund mehr Ähm Hier geht die Maus wieder Ey, das ist doch Okay Ich frage nicht weiter nach Ich freue mich, dass wir Dass wir die 100% zusammen haben Und ich freue mich darauf Die Belohnungen anzuschauen Ich sage bis bald in Y-City Mit den Belohnungen für die 100% Macht's gut Ciao Bis zum nächsten Mal